Textbuch. Ein Kurs in Wundern. Kapitel 27. Die Heilung des Traums. Nummer 5. Das Beispiel der Heilung. Seite 578 bis 581. Die einzige Art und Weise zu heilen ist die, geheilt zu werden. Das Wunder dehnt sich ohne deine Hilfe aus, doch du wirst gebraucht, damit es beginnen kann. Nimm das Wunder der Heilung an und es wird aufgrund dessen, was es ist, hinausgehen. Es entspricht seinem Wesen, sich in dem Augenblick auszudehnen, in dem es geboren wird. Und es wird in dem Augenblick geboren, in dem es angeboten und empfangen wird. Niemand kann einen anderen darum bitten, geheilt zu werden. Aber er kann sich heilen lassen und so dem anderen das anbieten, was er empfangen hat. Wer kann dem anderen etwas schenken, was er nicht hat? Und wer kann teilen, was er sich selbst verweigert? Er redet nicht mit jemand anderem. Indem du aber zuhörst, dehnt sich seine Stimme aus, weil du das akzeptiert hast, was er sagt. Gesundheit ist das Zeugnis der Gesundheit. Solange sie nicht bezeugt wird, bleibt sie ohne Überzeugungskraft. Erst wenn sie aufgezeigt worden ist, ist sie bewiesen und muss ein Zeugnis liefern, das zum Glauben zwingt. Niemand wird durch Doppelbotschaften geheilt. Wenn du nur wünschst, geheilt zu werden, dann heilst du. Dein ungeteilter Zweck macht dies möglich. Doch wenn du Angst vor Heilung hast, kann sie nicht durch dich kommen. Das Einzige, was für eine Heilung erforderlich ist, ist das Fehlen von Angst. Die Angstvollen werden nicht geheilt und können nicht heilen. Das heißt nicht, dass zum Heilen der Konflikt für immer deinen Geist verlassen haben muss. Hätte er es, so würde Heilung nicht gebraucht. Vielmehr bedeutet es, dass du, wenn auch nur einen Augenblick, liebst, ohne anzugreifen. Ein Augenblick reicht aus. Wunder harren nicht der Zeit. Der heilige Augenblick ist der Ort, wo das Wunder weilt. Von dort aus wird ein Jedes in diese Welt geboren, als Zeugnis für einen Geisteszustand, der den Konflikt transzendiert und den Frieden erreicht hat. Es trägt Trost vom Ort des Friedens auf das Schlachtfeld und zeigt auf, dass Krieg keine Wirkung hat. Denn alle die Verletzungen, die der Krieg zu bringen suchte, der gebrochenen Körper und zerschmetterten Glieder, die schreienden Sterbenden und die stummen Toten, sie alle werden sanft emporgehoben und getröstet. Es gibt dort keine Traurigkeit, wo ein Wunder hingekommen ist, um zu heilen. Und nichts mehr als nur ein Augenblick deiner Liebe ohne Angriff ist von Nöten, damit all dies geschehe. Was ist von dir getrennt, wenn du den Segen, den der heilige Augenblick bringt, akzeptierst? Fürchte den Segen nicht, denn der eine, der dich segnet, liebt die ganze Welt und lässt nichts übrig in der Welt, das gefürchtet werden könnte. Doch wenn du vor dem Segen zurückschreckst, wird die Welt tatsächlich furchterregend scheinen. Würde eine derart bitterlich verwaiste Welt von demjenigen, der sie hätte erlösen können, aber zurücktrat, weil er geheilt zu werden fürchtete, nicht als Verurteilung betrachtet? Die Augen aller Sterbenden bringen Vorwurf und das Leiden flüstert. Was gibt es da zu fürchten? Erwäge seine Frage gut. Sie wird dir nur zu deinem Wohl gestellt. Eine sterbende Welt bittet nur darum, dass du einen Augenblick lang von Angriff auf dich selber ausruhst. Damit sie geheilt sei. Komm zum heiligen Augenblick und sei geheilt, denn nichts, was dort empfangen wird, wird dort zurückgelassen bei deiner Rückkehr in die Welt. Und da du gesegnet bist, wirst du Segen bringen. Leben ist dir gegeben, um es der sterbenden Welt zu geben. Und leidende Augen werden nicht länger anklagen, sondern in Dankbarkeit auf dich leuchten, der du Segen gabst. Das Strahlen des heiligen Augenblickes wird deine Augen erhellen und ihnen die Sicht geben, über alles Leiden hinaus zu sehen und stattdessen Christi Antlitz zu erblicken. Die Heilung ersetzt das Leiden. Wer auf das eine schaut, kann das andere nicht wahrnehmen, denn sie können nicht beide da sein. Und was du siehst, dafür wird die Welt Zeuge sein und das wird sie bezeugen. So ist in deiner Heilung alles, was die Welt braucht, damit sie geheilt sein möge. Sie braucht eine einzige Lektion, die vollkommen gelernt ist. Und dann, wenn du sie vergisst, wird die Welt dich sanft an das erinnern, was du gelehrt hast. Keine Verstärkung wird ihr Dank dir vorenthalten, der du dich selber heilen ließest, damit sie leben möge. Sie wird ihre Zeugen hervorrufen, um das Antlitz Christi dir zu zeigen, der du ihnen die Sicht brachtest, durch die sie es bezeugten. Die Welt der Anklage wird durch eine Welt ersetzt, in welcher alle Augen liebevoll auf den Freund schauen, der ihnen die Befreiung brachte. Und glücklich wird dein Bruder all die vielen Freunde wahrnehmen, die er für Feinde hielt. Probleme sind nicht konkret, doch nehmen sie konkrete Formen an und diese konkreten Gestalten bilden die Welt. Und keiner versteht das Wesen seines Problems. Täter er es, dann wäre es für ihn nicht mehr zu sehen. Sein Wesen ist es nämlich, dass es nicht ist. Und somit kann er es nicht so wahrnehmen, wie es ist, solange er es wahrnimmt. Doch Heilung zeigt sich in konkreten Fällen und wird verallgemeinert, um sie alle einzuschließen. Der Grund dafür ist, dass sie trotz ihrer unterschiedlichen Formen in Wirklichkeit dasselbe sind. Das ganze Lernen zielt auf Übertragung ab, die vollständig wird, wenn zwei Situationen als eine gesehen werden, weil nur gemeinsame Elemente da sind. Dies kann jedoch nur von einem erreicht werden, der die Unterschiede, die du siehst, nicht sieht. Die totale Übertragung deines Lernens wird nicht von dir vorgenommen. Doch dass du sie trotz aller Unterschiede, die du siehst, vorgenommen wurde, wird dich davon überzeugen, dass sie nicht wirklich sein konnten. Deine Heilung wird sich ausdehnen und zu Problemen gebracht werden, von denen du dachtest, dass es nicht deine eigenen seien. Und es wird ebenfalls offensichtlich sein, dass deine vielen unterschiedlichen Probleme gelöst sein werden, wenn du irgendeinem davon entronnen bist. Es kann nicht sein, dass ihre Unterschiede dies ermöglichen, denn das Lernen springt nicht von einer Situation zu ihrem Gegenteil und bringt dieselben Ergebnisse hervor. Alles heilen muss gesetzmäßig vor sich gehen, im Einklang mit Gesetzen, die richtig wahrgenommen, doch nie verletzt worden sind. Fürchte die Art und Weise nicht, wie du sie wahrnimmst. Überlasse also die Übertragung deines Lernens dem einen, der seine Gesetze wirklich versteht und der verbürgen wird, dass sie unverletzt und unbegrenzt bleiben. Dein Teil ist lediglich das, was er dich gelehrt hat, auf dich selber anzuwenden, und er wird das Übrige tun. Auf diese Weise wird die Macht deines Lernens dir von all den vielen verschiedenen Zeugen bewiesen, die es findet. Dein Bruder wird zuerst unter ihnen zu sehen sein, doch Tausende stehen hinter ihm, und hinter jedem von ihnen sind weitere Tausend. Es mag so scheinen, als habe jeder ein Problem, das verschieden von den übrigen ist. Doch werden sie zusammen gelöst, und ihre gemeinsame Antwort zeigt, dass die Fragen nicht getrennt sein konnten. Friede sei mit dir, dem Heilung angeboten wird, und du wirst lernen, dass Frieden dir gegeben wird, wenn du die Heilung für dich selber akzeptierst. Du brauchst nicht ihren ganzen Wert zu würdigen, um zu verstehen, dass du Nutzen aus ihr gezogen hast. Was in dem Augenblick geschah, in dem die Liebe ohne Angriff eintrat, wird für immer bei dir bleiben. Deine Heilung wird eine ihrer Wirkungen sein, wie diejenige deines Bruders. Überall, wohin du gehst, wirst du ihre vervielfältigten Wirkungen erblicken. Doch all die Zeugen, die du erblickst, werden weitaus weniger als alle sein, die es wirklich gibt. Die Unendlichkeit kann nicht verstanden werden, indem man einfach ihre separaten Teile aufzählt. Gott dankt dir für deine Heilung, denn er weiß, dass sie eine Liebesgabe an seinen Sohn ist, und deshalb ist sie ihm gegeben. circle contemporären, wo es federal damals ver eiweizen, bowlie uniqu und anschließend sind. Aber nicht nur be 웃et, sondern auch immer überrascht. Das ist eine Überschritte. Untertitelung des ZDF, 2020